Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von abgeschnitten dem Unternehmer Podcast und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, der die Friseurbranche mit seiner Kreativität und seinem außergewöhnlichen Talent international mitgeprägt hat. Er ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch ein inspirierender Visionär, der weltweit Ruhm erlangt hat. Andere sagen über ihn Ruhe, Professionalität, westfälische Coolness und Gelassenheit und ein unglaublich guter Haarschneider und Kommunikator auf, vor und hinter der Bühne. Einer, der will mehr und der auch mehr macht. Bitte begrüßt mit mir den einzigartigen Real Julian Seidel. Herzlich willkommen, mein Lieber. Danke dir. Hallo. So, das war mal die kleine Begrüßung. Ich glaube, die Leute werden dich heute im Podcast richtig gut kennenlernen von allen Seiten und was du vor allem natürlich so machst als Artistic Director und Salonunternehmer und natürlich auch vor allem als führende Kraft im Team von Calligraphy Cut. So viel darf man schon mal sagen, ne? Ja, klar. Okay, perfekt. Wir haben dich auch schon mal im letzten Podcast ein bisschen angeteasert und der eine oder andere kennt dich wahrscheinlich aus Deutschland oder auch aus anderen Märkten, weil du bist international unterwegs als Artistic Director und wir wollen dich natürlich jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen. Also, wer ist denn eigentlich Julian Seidel? Und bevor wir jetzt mal in die Tiefe gehen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich selbst. Also, wo kommst du her? Was machst du? Vor allem, wenn du nicht gerade international unterwegs bist. Und nimmst du mal mit in so einen typischen Julian-Seidel-Tag. In so einen typischen Julian-Seidel-Tag. Ist einfach, oder? Ja, ich komme aus Gütersloh, da bin ich auch aufgewachsen und da bin ich auch immer noch. Das ist so meine Homebase, wenn ich nicht unterwegs bin. Meine Eltern haben dort vor über 40 Jahren Salons gegründet oder einen Salon, das ist der Gründersalon, gegründet und dann mit einem Partner zusammen ein paar weitere drangehängt und die, ja, da sind wir so reingewachsen. Wenn ich wir sage, dann ist das mein Bruder und ich im größten Teil. Wir betreiben die heute. Wir haben die 2016 übernommen. Da haben sich meine Eltern so ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen. Mein Vater ist immer noch mit dabei. Der liebt das. Ah, cool. Ja, genau. Der liebt das. Wie alt ist er? Mein Vater ist jetzt 73. Also, der macht das wirklich aus Spaß und Herzblut. Herz und Seele. Geil. Hat noch nie gearbeitet, weil er das, was er macht, einfach gerne macht. Ah, sehr gut. Genau. Und ja, wir haben das dann 2016 übernommen und sind dann direkt danach mal in diese komische Situation 2020 gerutscht. Ah ja, da war ja was. Da war was. Da war was. So eine kleine Kurve und die bügeln wir immer noch aus, wie vielleicht andere auch. Und ja, ansonsten, wie sieht so ein typischer Tag aus? Also, das Schöne bei mir ist, finde ich, so ein Tag sieht gar nicht so typisch aus. Weil, jetzt müssen wir schon auf die Zweigleisigkeit kommen, weil natürlich Kalligrafie mit eine Rolle spielt bei mir. Das ist halt mit den Aufgaben, die ich habe im Unternehmen oder haben darf, ist das mittlerweile so, dass ich wirklich immer wieder andere Tage habe, was mir echt Spaß macht. Ich bin auf jeden Fall im Salon noch aktiv. Zwar nicht mehr so viel und jetzt die ganze Woche nonstop am Stuhl. Das war auch bewusst mit der Geschäftsübernahme 2016 so gewählt, dass wir wirklich eher weg, also, es war witzig. Mein Vater hat uns da immer so ein bisschen geprägt und hat gesagt, Jungs, ihr müsst weg vom Stuhl hin zu den Stühlen. Das ist natürlich, wenn du eine gewisse Größe hast, auch, glaube ich, notwendig, dass du dich irgendwie auch um alles kümmern kannst. Und deswegen ist jeder Tag so ein bisschen anders. Also, er ist gefüllt mit Education, er ist gefüllt mit Planung, mit Meetings, mit Büroarbeit und natürlich auch mit Kunden. Und dann ist das natürlich so, dass ich irgendwie so ein bisschen Kalligrafie zwischendurch mache. Ja, ich kann mir das selber frei einteilen. Genau, so ein bisschen oder ein bisschen mehr. Also, ganz kurz, dein Vater hat schon früh erkannt, dass es halt eigentlich die Entwicklung für dich und dein Bruder als Unternehmerpersönlichkeit braucht. Also, weg vom Stuhl hin zu mehreren Stühlen bedeutet ja der Fokus weg von, ich arbeite in meinem Unternehmen und ich arbeite dann an meinem Unternehmen. Richtig? Ja, genau. Ja, nicht schlecht. Geiler, geiler Advice. Ja, also, ich finde, wenn man das mal so aus der Geschichte heraus sieht, mein Vater ist ja eigentlich Gründergeneration und ist aufgewachsen in der Nachkriegszeit. Er sagte selber immer, da lag Goldstaub in der Luft. Das war so, alles war ein Wiederaufbau, alles ging nach vorne. Ja, richtig, die goldenen Jahre in der Friseurbranche auch. Ja, genau. Etwas anders als heute. Und er hat da schon immer gesagt, den Grundstein haben wir gelegt und ihr müsst quasi das Ganze jetzt nur noch an den passenden Menschen, an den Stellen da sein. Und darum ziehen wir uns so ein bisschen aus diesem Kundenalltag zurück und versuchen wirklich, das Unternehmen zu führen. Stark. Ja. Wie groß ist euer Unternehmen? Wir sind jetzt so bei um die 40 Mitarbeiter, haben fünf Salons in Gütersloh. Okay, krass. Ja, das ist schon eine stattliche Größe und eine Aufgabe auf jeden Fall. Kann man schon von Unternehmen sprechen? Ja, würde ich sagen, weil ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Das ist was, was ich selber nicht wusste. Ich verfolge ja deine Podcasts aufmerksam. Oh, sehr gut. Ein Fan. Bin ein Fan, einer von denen. Ich würde ihn auch weiterempfehlen, unter anderem, mal gucken, wie das hier läuft. Sehr gut. Und dann, war das mit den Mustis? Ich glaube, ja, sind wir über die, nee, es war mit Root. Da habt ihr über Umsatzzahlen gesprochen, wie viel Prozent wer was hat. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken, wie wir in Deutschland so unterwegs sind, mit was für Umsatzgrößen wir uns beschäftigen. Ja, also das ist spannend. Das ist krass, ne? Ja, sehr, sehr. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Wir kommen ja gleich noch ein bisschen dazu, was du international so aufnimmst und so. Die Märkte sind ja dann irgendwie gleich, aber doch auch unterschiedlich. Ja. Es sind eher die Länder, die anders sind. Die Märkte sind fast gleich, aber die Länder und die Gegebenheiten sind anders. Ah, interessant. Interessant. Ja. Ja, lass uns mal da direkt mal einen Blick drauf werfen. Wir kommen bestimmt noch zum Unternehmertum zurück. Aber wenn du jetzt so mal an deine internationale Karriere denkst, ja? Also du hast ja eben gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen, als du die Salons übernommen hast mit deinem Bruder zusammen, war ganz klar, okay, ein Teil von deiner Karriere, von deinem Handeln, von deinem Wirken ist auf jeden Fall mit Calligraphy Cut und ist auf jeden Fall eher international ausgerichtet. Das heißt, du willst unterschiedliche Länder beackern, dabei sein. Ich meine, wie fühlt sich das überhaupt an? Ich meine, du warst ja jetzt in Düsseldorf, haben wir uns zum ersten Mal gesehen, auf der Topher-Bühne. Anthony Moscolo-Kollektion wurde exklusiv gelauncht in Düsseldorf bei der Messe dieses Jahr, bei der größten Friseurmesse, glaube ich, würde ich sagen, in Europa. Also zumindest mit dem Konzept. Ja. Und wie fühlt sich das an, wenn man so dabei ist, wenn so eine Bewegung losgeht? Ich glaube, du hast damals vom Zug, der losfährt, gesprochen. Wie fühlt sich das an? Also bei mir ist es, glaube ich, oder aus meiner Sicht ist es so interessant, weil ich hole jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus, weil das finde ich schon interessant. Also Frank Brommann und mich verbindet schon eine sehr, sehr lange Freundschaft. Eigentlich mich beziehungsweise uns, also unsere Familie und Frank Brommann. Wir haben damals in Oelde in einem Salon unsere Lehrlinge immer ausgebildet, so Start-up, vor der Lehre, eine Woche hingeschickt, so ein bisschen diese Grundfügeln. Fit machen. Genau, fit machen. Eine Woche lang. Eine Woche lang. Wow. Ja, das war noch Zeit. Und dieser Salon wurde irgendwann aufgegeben von diesem etwas älteren Ehepaar. Und die haben dann gesagt, wir machen das nicht mehr, aber der Frank kauft den Salon. Ja, zu der Zeit ist Frank so um die Welt getourt mit Vella und dann haben wir gesagt, oh, okay, Frank, ja, da wird dann wohl nichts mehr. Ja, da war der aber in dieser deutschen Szene noch nicht so vertreten wie jetzt. Dann kriegt man einen Anruf von Frank, ja, ich würde euch gerne mal einladen und die Zusammenarbeit und überhaupt. Das ist, ich könnte es gar nicht mehr sagen, wie lange her, aber sehr lange. Und das war sofort, so wie wir ihn jetzt kennen, freundschaftlich, hat sofort gegeben, gesagt, komm, wir machen das noch zusammen und dann schicke ich meine Lehrlinge da auch mit rein. Und dann ist noch Stabelo aus Münster dazu gekommen. Das war richtig, richtig gut. Also mit Frank haben wir schon ein paar Sachen auf die Bühne gestellt. Und dann war das sehr witzig, weil ich habe bei Vida Sassun gearbeitet zwischendurch auch mal und jeder, der da gearbeitet hat oder jeder, der weiß, wie Sassun arbeitet, der hat mit Klingen nichts am Hut. Und dann kam ich wieder von Sassun und mein Bruder und ich hatten einen Termin mit Frank. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, aber dir wird schon klar sein, dass Frank dir gleich von seinem neuen Werkzeug da erzählt. Das war so, ich sage mal, wirklich Anfang, Geburtsstunde, Kalligrafie. Das ist mega. Ja, und dann saßen wir da und Frank hat gesagt, hier, guck mal und überhaupt ein neuer Star. Und dann habe ich gesagt, Frank, bei aller Liebe, lass uns über den anderen Quatsch reden. Ich bleibe bei der Fünf-Zoll-Schere. Nee, ich bleibe bei der Fünf-Zoll-Schere, genau, und brauche drei Stunden für einen Haarschnitt. Genau. Und dann sagt er, nein, du musst mal einmal kurz am Übungskopf. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, okay, lass uns mal reden. Was will ich damit sagen, warum hole ich es so weit aus? Mich verbinden schon Emotionen, weil in diesem Moment, als ich da am Übungskopf was geschnitten habe und habe diese Bewegung gesehen, sind 40.000 Sachen in meinem Kopf explodiert, weil ich gesagt habe, okay, ich kann immer noch so arbeiten, wie ich das möchte. Super clean, super technisch, aber ich kann auf einmal Haare bewegen. Das war für mich das Mind-Blowing-Ding. So, und dann habe ich gesagt, alles klar, wie machen wir das? Und dann haben wir das aufgezogen. Ich bin in seine Schulung mitgegangen und habe gesagt, ey, Frank, das sehe ich international. Das ist doch total geil. Und da hat Frank gesagt, ja, ganz ruhig, wir haben gerade mal zwei Salons in Deutschland, die wir betreuen. Da ging also wirklich gerade los. Krass, Gründerzeit schon wieder. Genau. Und warum sage ich das oder warum hole ich es so weit aus? Wir sind jetzt zehn Jahre weiter oder zwölf Jahre weiter und jetzt sitze ich hier und wir ziehen immer mehr Menschen in den Bann. Und das Ding ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Dann war ich international unterwegs, so wie ich das fast aus dem Reflex gesagt habe. Und dann ist es auch noch passiert, sehr oft so. Be careful what you wish for, you might get it. Und dann standen wir auf der Top-Hair-Bühne und du hast mich gefragt, wie war denn da so die Emotion? Wenn du dann da stehst und wirklich hunderte von Friseuren um dich rumsitzen, wie in so einem kleinen Stadion und gucken dir dazu, wie du das machst und denkst, ich habe dieses Potenzial von Anfang an gesehen und ich weiß, dass das noch größer wird, dann ist das wirklich authentisch, wenn ich sage, springt auf den Zug, bevor der abfährt. Weil du musst jetzt anfangen, damit du in zwei Jahren wirklich top bist. Das ist so. Und da gehen schon Emotionen hoch, wo du so denkst, all die Jahre lohnen sich dann auch. Das ist cool. Das ist eine gewisse Dankbarkeit, die da ist. Dankbarkeit der Marke, großen Respekt vor dem Gründer und mittlerweile auch wirklich eine große Freundschaft zu allen möglichen Leuten aus diesem Team. Das ist wirklich toll. Ja, ist schon ganz speziell. Also ich finde auch die, ich meine gut, ich habe ja da auch ähnliche Berührungspunkte. Oder wir arbeiten da ja auch an manchen Sachen ganz intensiv zusammen. Und das ist schon bemerkenswert, wie so eine schöne Wertebasis eigentlich dafür sorgt, dass da eine extrem tolle Kultur entsteht und man gemeinsam Dinge erarbeitet und so. Und ich bin auch komplett bei dir. Also auch die Energie, die da war in der Halle. Ich meine, es sind ja nicht nur ein paar hundert gewesen, also ein paar tausend waren es schon noch. Aber das ist halt schon eine geile Geschichte gewesen auf den Punkt. Und du hast es so schön gesagt auf der Bühne, dieser Zug fährt jetzt los. Also dieses Momentum ist jetzt da. Das wird eine globale Bewegung. Und das sage ich auch immer. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch der Fall ist. Und das ist das Schöne in dieser Branche. Es ist halt so, wenn ich in die Salons reingehe, die bei mir im Coaching sind und wir fangen dann an irgendwie zu überlegen, wie können wir extra Marge generieren, dann ist das halt die einzige Möglichkeit. Ja, also auf jeden Fall ist es die beste Möglichkeit, weil du relativ viel damit machen kannst und nicht einfach irgendwas verkaufen musst, sondern die Kunden merken den Unterschied. Die Kunden finden es geil. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du kannst damit Haare bewegen. Und wer jetzt bei SoSoon mal gewesen ist oder bei Tony & Guy gelernt hat oder so weiß, dass es natürlich Techniken gibt, mit denen man Haare bewegen kann. Aber es ist unendlich viel aufwendiger. Und es ist natürlich auch nicht für jedermann halt eben im Slicing die Haare jetzt von rechts nach links zu drehen oder so. Und das ist halt echt schon eine krasse Geschichte. Aber ich fand das bemerkenswert. Und ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Also du bist international unterwegs. Das heißt, du hast erstmal wahrscheinlich in Deutschland, also einer von den zwei Salons, die mal kalligrafiert haben, damit angefangen haben, das war wahrscheinlich auch noch die erste Generation von dem Werkzeug, oder? Ja, das war die erste Generation. Und ich will nicht sagen die beste, aber eine sehr gute. Ja, weil da muss man sagen, da hat der Winkel gefehlt, der 21-Grad-Wink. Den musstest du selber halten. Und das war echt spannend. Das war dann für viele sehr schwierig beim Lernen. Das war eine Behinderung bei der Education einfach. Also den Leuten das wirklich zu verklickern, weil sie eigentlich immer zu weit gedreht haben. Aber für die, die es dann raus hatten, war es toll. Also das war so ein Bing-Moment. Light bulb. Sehr gut. Also die Lampe geht an. Genau. Richtig, richtig krass. Okay, cool. Und wenn du jetzt, muss nochmal drauf kommen, das heißt, wo bewegst du dich denn jetzt, wenn du halt zwischen, also wenn du sagst international, was hast du denn so mit, wo bewegst du dich, wo arbeitest du, wo können die Leute dich sehen? Also sehen können mich die Leute relativ stark in Europa. Europa, das heißt, ich bin viel aktuell in England. Ja, klar, das liegt nahe. Liegt nahe. Ich bin aktuell viel in England unterwegs. Ich bin in Europa unterwegs. Ich toure viel mit Frank, so durch die Dachländer auch. Da, wo wir Kalligrafie erstmal stark machen wollen. Und international bin ich viel beratend tätig. Das heißt also, ich schalte mich dann online mal mit dazu in das Team und gebe quasi Advice, was wir in Deutschland so machen oder was wir in Europa für Learnings haben und gebe die weiter, um die Teams dort erfolgreicher zu machen. Das heißt, wir sind da stark im Austausch. Und das ist eine tolle Arbeit, wo ich immer wieder auch tolle Gespräche habe mit Menschen. Also wirklich auch mal was anderes als Kalligrafie auf den Tisch kommt. Du lernst einfach dadurch auch viel in deren, ich sag mal, Industrie kennen. Also es ist toll. Und wo sind die großen Unterschiede? Du hast eben gesagt, also der Markt ist, die Menschen sind gleich, aber der Markt ist anders. Nee, oder? Die Länder sind anders. Ja, genau. Also seitdem ich, ich mache das jetzt schon relativ lange und seitdem ich reise oder eben diesen Austausch habe, ist es schon so, ich sehe, dass die Länder alle unterschiedliche Gegebenheiten haben, politisch, das ist menschlich, das ist von der Art der Bezahlung, Währung, was auch immer. Also es sind ganz viele Unterschiede, die dort geopolitisch oder einfach politisch da sind. Aber die Märkte, die Lust auf was Neues oder die Suche nach einem Trend oder so, das ist eigentlich fast immer der gleiche Zeitpunkt. Natürlich kannst du jetzt sagen, in London ist etwas schneller auf dem Markt als jetzt in Gütersloh zum Beispiel. Das ist schon klar. Das dauert dann immer drei Jahre. Ich dachte, die Gütersloh ist hier die Place to be. Nein, das ist nicht Schnittpunkt der Galaxie. Das ist Mittelpunkt, der alles dreht sich um Gütersloh. Nee, eher anders. Aber das ist so die Märkte an sich und das Verlangen am Markt ist schon, schon deckt sich weltweit ziemlich stark, muss ich, also aus meinem Empfinden. Natürlich immer ein bisschen anders. Frankreich hat dann eher den Schick und Italien eher dieses aufgeföhnte Haar oder so und London halt diesen eher abgefuckten Style, aber letzten Endes. Grungy. Ja, letzten Endes. Du hast gesagt, real. Ja, stimmt. Ja gut, aber das heißt ja, dass du siehst, okay, die Art und Weise der Umsetzung, also das, was das visuelle Ergebnis hinterher ist, ist unterschiedlich. Je nachdem auch wie der Kontext ist, Zeitgeist, Mode etc. PP fließt alles mit rein, aber der Wunsch der Menschen da draußen, also um den Fokus mal ein bisschen auf die Endkonsumer, Endverbraucher zu legen, wie man so mal sagt in der Industrie, der ist ähnlich. Also die Leute sehnen sich nach einem besonderen Friseur-Erlebnis, oder? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, die Einländer machen es wirklich besser, die anderen machen es etwas, ich will nicht sagen schlechter, aber anders aufgrund der Gegebenheiten, so kann man das wahrscheinlich sagen, und so ist es halt auch in Deutschland, es ist anders, aufgrund gewisser Gegebenheiten, das ist einfach so. Das ist eine ganz interessante Frage, glaube ich, die gerade gut reinpasst, weil beim letzten Mal, vor zwei Wochen hast du ja gesehen, da waren ja Björn und Dominik da, ich hoffe, du hast dir den Podcast angeguckt. Ja, habe ich. Die haben dir ja eine Frage dagelassen, ich kenne mir jetzt mal ganz kurz, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Zwei, um genau zu sein. Zwei Fragen haben sie, genau, die haben ja im Prinzip dir die Frage dagelassen, was ist eigentlich der Unterschied in der Wertschätzung gegenüber den Friseuren in den USA und in Deutschland? Das war der erste Teil der Frage. Und welche sind eigentlich die nächsten Schritte oder wie kann man sich vorbereiten, um die Dinge umzusetzen, dann um halt eine ähnliche, vergleichbare Wertschätzung zu erleben? Weil hier in Deutschland, wissen wir alle, sagen wir mal so, der, zumindest das, was nach außen kommuniziert, wird das Selbstwertgefühl der Friseure jetzt nicht irgendwie wie in Brasilien. Sagen wir mal so. Also die sehen sich schon ein bisschen anders und das ist, glaube ich, und das haben die auf jeden Fall so gespürt, dass es halt in den USA dann doch eher eine gewisse andere Haltung der Friseure gibt, oder? Ja, ich glaube, die Frage ging jetzt speziell in die USA, weil die haben ja auf Bumble and Bumble und so angespielt, das fand ich ganz interessant und ich bin da mit meinen Kollegen tatsächlich stark im Austausch, weil ich das auch frage, weil ich natürlich versuche, das auf unser Unternehmen, aber auch irgendwie für viele andere, so wie jetzt im Podcast, mitzunehmen und zu sagen, okay, was ist denn da so anders? Also man muss natürlich wissen, die USA, da ist das Bezahlsystem im Anderen. Das heißt, letzten Endes, wenn du wirklich nur rumstehst und hast nichts zu tun, verdienst du einfach wenig bis gar nichts, muss man so ehrlich sein. Und wenn du gut gebucht bist, dann machst du halt wirklich auch gut Geld. Also dann fahren die da auch Riesenumsätze als einzelne Person, geschweige denn als Unternehmen. Also das ist ja nochmal on top und bei denen ist eine ganz andere, ein ganz anderer Scholz dahinter. Das heißt zum Beispiel, ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf und viele, die jetzt zuschauen oder zuhören, können natürlich für sich entscheiden, ist das bei mir auch so oder ist das nicht so? Die können ja mal kommentieren. Ja, aber es ist so, wenn du in Deutschland jemanden aus deinem Team nimmst, zwei Friseurinnen, die schickst du jetzt auf ein Seminar zu, wo auch immer, von mir aus zu dir, so dann kommen die wieder und dann, die meisten würde ich jetzt mal behaupten, reden noch nicht mal mehr drüber. Das hat sich schon sehr verändert. Das war auch mal anders. Die meisten reden schon gar nicht mehr drüber und wenn sie drüber reden, dann kommt vielleicht sowas wie, ja, ich war auf einem Seminar und so und so und das Essen war abends auch gut und also es kommt nicht so der Inhalt drüber. Was die Amerikaner machen, das ist eine ganz andere Nummer. Die sagen, ich war für dich auf dem Seminar, habe meine Zeit investiert, um mich für dich auf ein anderes Level zu stellen und dafür nehme ich jetzt auch mehr Geld. Die spiegeln ganz klar einen Stolz wieder. Die sagen ganz klar, ich habe hier Zeit aufgewendet, aber ich habe das für dich gemacht. Eigentlich für uns, aber für dich und ich will dir einen besseren Service liefern. Ich habe ein Zertifikat, das bestätigt das, das ist da und guck dir das doch mal an und so und so sieht es aus. Bumm. Und dann sind die Leute da aus dem, was ich höre, wirklich so, oh wow, ja super, klasse. Ich meine, jetzt ist ein Amerikaner natürlich sehr begeisterungsfähig. Die Deutschen sind ja dann doch manchmal erst mal etwas skeptischer. Ja, wir mögen die Box. Ja, genau, wir mögen die Box. Bloß nicht rausgehen aus der Zone. Genau, und das ist halt der große Unterschied. Und das sage ich halt, Gegebenheiten sind anders und so und dann kannst du dich natürlich anders positionieren, würde ich sagen. Ja. Also Haltung, ich übersetze das jetzt mal, Haltung ist eine wichtige Geschichte, die ist schon mal grundsätzlich anders als in den USA. Also die Leute sind eher stolz auf das, was sie tun und sind noch stolzer auf das Investment, und was sie tätigen, um aber dann am Ende des Tages ja in der Customer Experience, also im Kundenerlebnis einen Unterschied zu machen. Ja. Und wenn ich das hinzugehe, ich würde das Prahlen an der richtigen Stelle nennen. Ja. Weil ich bin kein Fan davon zu sagen, ich bin hier der Beste und ich bin der King of the View, aber in dem Moment, wo ich vor einem Kunden stehe, will der Professionalität. Und ich behaupte, dass das in Deutschland, in vielen Salons, die sind professionell. Nur das kommt beim Kunden gar nicht an. Ja. Du sagst das ja immer so schön. Wo passiert die Wertschöpfung? Und genau in dem Moment wird das teilweise verschlafen. Und dann habe ich eigentlich schon den ganzen Besuch verschlafen. Dann ist der Besuch Gewöhnung oder der Kunde kommt, weil es ist alles so toll und war immer so oder wie auch immer. Aber wenn ich wirklich Kunden begeistern will, dann brauche ich diesen Moment der Wertschöpfung und da muss ich wirklich Prahlen an der richtigen Stelle mit solchen Dingen. Das sind so ein bisschen die drei Stufen des Erlebnisses. Bestellt, erwünscht, begeistert. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch so, du hast es gerade so schön gesagt. Ich war gestern noch im Einsatz bei einem Kunden von mir, der bei mir im Coaching ist und wir haben mit dem Team gestern zum ersten Mal gearbeitet, also mit dem ganzen Team. Und das ist schon echt voll krass, wenn du siehst, wie du die Dinge eigentlich verändern kannst, wenn du halt deine eigene Wahrnehmung, wie du die Dinge siehst, einfach mal ganz bewusst wahrnimmst und dann ganz bewusst mal die Perspektive wechselst und dich in den Stuhl oder in die Situation des Kunden oder der Kundin reinversetzt. und dann verändert sich dieses ganze System. Du hörst nämlich auf, einfach das zu tun, was du glaubst, dass das Beste ist und versuchst halt im Prinzip über die Beratung Datenpunkte zu sammeln, Informationen zu sammeln, um einfach als Experte, wie du eben gesagt hast, von mir aus mit dem Goldsiegel, dass du der beste Haareschneider bist, weil natürlich bist du Kalligrafist. Dementsprechend natürlich die Kundin ihr das zu geben, was sie haben möchte, nämlich ein anderes Erlebnis von einem Experten, am besten Spezialisten für die Kerndienstleistung Nummer eins, den Haarschnitt, deswegen kommen die Leute eigentlich und dann im Prinzip dieses individuelle Erlebnis für die Kundin anzubieten, mit Mehrwert richtig schön anzureichern, damit sie wirklich dann begeistert ist, damit sie nicht nur das bekommt, was sie bestellt hat vorher, sondern verblüfft ist eigentlich von dem, wie es sich anders anfühlen kann. Ja, absolut. So, und dann muss ich das an der richtigen Prallen an der richtigen Stelle, das ist ein gutes Thema, also nicht die ganze Zeit, sondern da, wo die Wertschöpfung passiert und dann am besten genau zum richtigen Punkt und dann mit dem vollen Verständnis dafür, was deine Kundin eigentlich haben möchte, wann die gerne ihr Portemonnaie aufmachen. Das ist halt schon ein krasser Ansatz und ich glaube, jetzt kommen wir wieder dazu, warum ich auch so begeistert bin von Kategorie Cut, ist halt, dass da viele Dinge zusammenkommen. Du machst etwas, was nicht jeder macht. Wenn du das machst, fühlt sich das anders an in dem Prozess. Das fühlt sich auf der Kopfhaut anders an. Und das Spannende ist, also sieht auch natürlich anders aus, und das Spannende ist, die Haare sind danach auch anders, oder? Ich meine, wie unterscheidet sich denn so ein Kalligrafie Cut von einem klassischen, technisch auch gut gemachten Scherner-Schnitt? Du meinst vom Kundengefühl, ja. Also eine klassische Kundin würde immer sagen, das Haar fühlt sich leicht an, ist quasi gewichtslos, hat eine Textur, das siehst du, es hat einen ganz anderen Glanz. Und vor allem eine klassische Kalligrafie-Kundin, und das ist oft, vielleicht jetzt schon mal der erste Insider-Tipp, für die, die Kalligrafie machen. Das ist immer so mein Ding. Und ich sage, Leute, hört auf damit. Problem ist, wenn Leute, die Kalligrafie machen, sagen, oder wenn Stylisten die Kalligrafie machen, sagen, ja, und der hält auch länger, der Haarschnitt. Nee, der hält eben nicht länger. Warum sage ich das jetzt so knallhart? Natürlich, der hält schon lange. Aber ich sage immer, es gibt diesen Punkt, wenn du eine Kundin zum Beispiel alle fünf Wochen buchst, und dann machen die ja meistens irgendwie irgendwas an Farbveränderung und Schnitt, oder muss nachgeschnitten werden. Dann sagen die, zumindest auch oft zu mir, meine Kunden sagen, boah, jetzt wird es auch sowas von Zeit, jetzt ist das Haar irgendwie fertig. Oder wenn du jetzt eine Balayage-Kunde hast mit langen Haaren, und die kommt alle acht oder irgendwie 16 Wochen, dann sagt die irgendwie, oh, jetzt wird es auch Zeit. Bei Kalligrafie ist das die ganze Zeit schön, und du machst einfach nur eine Erhaltung oder halt dann wieder eine Veränderung, weil das Haar die ganze Zeit leicht ist. Wenn du merkst, dass das Haar zu schwer wird, dann bist du eigentlich schon über den Punkt hinweg, dass du schon wieder hättest schneiden müssen. Das heißt, das Haar ist die ganze Zeit, fühlt sich gut an, liegt immer noch toll, und das kriegen die Kunden in Deutschland, ich wette, das können viele Kollegen da draußen bestätigen, wenn eine Kalligrafie-Kundin in den Salon kommt, dann sagt die, oh, liegt eigentlich noch ganz gut, nur ein bisschen zu lang. Das ist so die klassische Kalligrafie-Kundin. Und das finde ich ein geiler Mehrwert für Kunden, dass die sich die ganze Zeit wohlfühlen. Weil ehrlich gesagt, das will ich für meine Kunden. Ich will authentisch, dass wenn die vor dem Badezimmerspiegel stehen und sich fertig machen, dass die es leicht haben und dass die Haare sitzen und dass die sagen, cool, so, dann denken die in dem Moment positiv an dein Unternehmen oder an den Stylisten oder an dich und sagen, das ist genau das, was ich will. Und das hast du einfach mit einem Scheren-Haarschnitt nicht. Da musst du öfters oder anders, es ist anders, es ist einfach anders. Cool. Und jetzt kommen wir wieder zu der entscheidenden Frage. Das heißt, bei dir in den Salons ist es auch so, dass die Kunden gerne mehr bezahlen für die Dienstleistung, oder? Naja, wer bezahlt schon gerne mehr heutzutage? In Gütersloh nicht, aber vielleicht woanders. Ja gut, also ich würde mal behaupten, dass wir uns mit den Preisen, mit denen wir auftreten in Gütersloh, ist das schon auch für Kalligrafie im etwas oberen Level, würde ich jetzt mal behaupten. Und die erwarten das. Also das ist keine Frage, es ist noch nie vorgekommen. Also jeder macht das ja unterschiedlich in seinem Unternehmen. Jeder nimmt verschiedene Preislevel, jeder nimmt verschiedenen Upcharge und wir sprechen zum Beispiel auch nicht vorher darüber. Also wir beraten die, weil ich empfinde das immer noch so, dass der Friseur eigentlich der Arzt ist und sagt, so das brauchen wir, damit deine Haare gut aussehen und Punkt. Aber da kam noch nie, da ist noch nie einer an der Kasse umgefallen und hat gesagt, wie das kostet jetzt mehr als ein Scheren-Haarschnitt. Die erwarten das schon. Entweder sprechen sie dich von selber drauf an oder währenddessen und sagen, ja, das kostet doch bestimmt ein bisschen mehr. Und wir würden niemals sagen, es kostet mehr, sondern der Gesamtservice kostet nichts. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich immer sagen, der ganze Kalligrafie-Service heute mit mir kostet das. Das habe ich mir aus dem Ausland angeguckt. Heute mit mir. Das ist schon wieder eine Wertsteigerung, weil eine Kundin ja bewusst zu dir kommt. Die will ja bei dir buchen. Sonst würde die ja nicht drei Wochen warten auf einen Termin zum Beispiel. Sehr gut. Ja, also heute mit mir. Das ist interessant. Der Fokus ist tatsächlich anders. Und ich glaube, also du hast vorhin was gesagt, in den USA zum Beispiel werden die Leute ja auch anders entlohnt. Also nur, wenn sie produktiv sind. Ja. Gibt es was? Und wenn ich richtig informiert bin, sind die meisten auch immer noch, also wie ist das Verhältnis von selbstständigen Individualisten, also Independent Hairdressers zu Leuten, die wirklich so, ja, also als Team, also angestellt sind in einem Salon-Team. In Amerika? Ja. Also es gibt, das ist staatenabhängig, weiß ich durch meinen Kollegen David in Boston. Der hat mir das erklärt und zwar hauptsächlich an der Westküste findest du diese, da findest du zu 90 Prozent, die die Stühle mieten, so wie wir das halt in Deutschland denken, dass das da jeder macht, aber. Rufwäntel. Genau. Sagt man ja immer so, in Amerika machen, da mieten die alle einen Stuhl. Nee, da mieten die nicht alle einen Stuhl. Das ist, ich meine, man muss ja eins bedenken, also Amerika ist größer als Europa. Ja. Also es ist halt riesig. So, und du hast natürlich in jedem Bundesland oder Bundesstaat unterschiedliche Gesetze und zum Beispiel in New Jersey darfst du es gar nicht. Also da gibt es nur reine Commission-Salons. Employee-Based. Genau. Und an der Westküste findest du halt zu 90 Prozent entweder das oder halt, dass die mieten sich dann so kleine Räume, so wie dieser Raum hier und machen sich den richtig schön fertig und machen quasi so ein kleines Salonkonzept. Genau. So ein kleines Salonkonzept und dann hast du halt so 40 davon in einem Gebäude und schön für den Vermieter. Der freut sich drauf. Genau, der ist dann Vermieter. Der ist der Vermieter. Der ist kein Salonbetreiber. Genau. Kein Unternehmer, kein sonst was. Kann jeder machen, was er will. Ja, ich, wie gesagt, das ist halt immer ein hochspannendes Thema. Ich erinnere mich noch an meine ganzen Jahre bei TG im USA, war immer speziell und war auch total regional unterschiedlich. Also außerhalb der großen Städte war das nochmal ganz anders. Und es ist aber ein bisschen differenzierter, fragmentierter als hier. Aber es ist vor allem, es muss funktionieren. Und das ist so ein großer Unterschied jetzt auch nochmal ergänzend zu der Frage von den beiden. Ich glaube, die Haltung hast du jetzt eben gerade gesagt, dann natürlich das Verständnis dafür, dass ich als Stylist den Mehrwert bringe, ist eine geile Geschichte. Also auch das in der Formulierung mit aufzunehmen, der Service mit mir heute kostet, weil du verstanden hast, die Kundin kommt ja wegen dir dahin. Die geht ja nicht in den Salon XY, sondern die geht zu Susi, Maya, Thomas. Und dann halt das andere Gefühl anzubieten, damit die Kundin auch das versteht, okay, heute war etwas tatsächlich anders. Und dann natürlich zu Hause merkt sie, okay, die Haare sind leicht, der Haarschnitt sieht lange gut aus, auch wenn er dann rauswächst. Und das ist halt anders als das, was sie vorher gehabt hatten. Das ist natürlich auch schon cool, so Thema Alleinstellungsmerkmal, Haarschneide-Experte in der Region und so. Das ist geil und ich finde das super cool, wenn man das wirklich auch mal alles aufnimmt, was du jetzt schon gesagt hast, als Nugget und mal versucht zu überlegen, okay, wann habe ich mir als Unternehmen eigentlich das letzte Mal Gedanken gemacht über diese Situation da, wo die Wertschöpfung stattfindet? Und jetzt haben wir ja gerade schon vier Punkte wieder gesagt, okay, die könntest du alle mal mit aufnehmen, mit deinem Team bearbeiten, um mal zu gucken, hey, wie können wir das dann für uns umsetzen? Und damit natürlich einen positiven Impact haben für den Salon, für die Mitarbeiter, weil Anderstanding bedeutet natürlich auch ganz andere Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das andere ist natürlich, was kann ich denn einführen in mein Unternehmen, um am Ende des Tages diese Kundenbegeisterung so aufladen zu können, dass sie dann auch happy ist oder von sich auch schon kommt und sagt, hey, dafür zahle ich doch jetzt mehr, oder? Ja, absolut. Ich finde auch, du musst da kein Feuerwerk abbrennen, du musst jetzt keine Show machen und für die Kunden tanzen. Aber wenn du, genauso wie du es eben gesagt hast, am richtigen Punkt das dann so anbringst, das ist ein Selbstläufer. Ja, mega. Mega, mega. Und jetzt so, wenn man das mal, jetzt nur mal kurz für die Leute, die freuen, in der Mathematik, weil so ein Gespräch habe ich heute auch noch geführt, also ich meine, das geht es ja immer mit Investitionen. Das Modell von Calligraphy ist ja unterschiedlich in den Märkten. Eigentlich ist es ja so ein Subscription-Model. Das heißt, du mietest in Rent or Buy, aber eigentlich ist es eher Rent. Ich habe es noch billig gekauft irgendwann. Genau, da konnte man es noch kaufen. Aber das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen in unterschiedlichen Ländern, anders mit dem Thema Rent oder Mieten oder Abonnieren oder whatever, wie du das auch mal nennst, umgehen. Das ist auch krass, oder? Ja, absolut. Absolut. Willst du schon, dass ich was dazu sage? Ja, sag ruhig. Ja, klar. Stage is yours. Ja, also ich mache so die Erfahrung, ich hänge ja in den verschiedensten Calls mit drin und berate da rum oder beziehungsweise höre mir das an, wo die Probleme auch sind. Ja, das ist echt interessant. Zuhören ist schon mal keine schlechte Qualität. Ist schon mal gut, ne? Und ich glaube, das Größte, also erstmal kannst du den Leuten ja erklären, du könntest das ja rechtfertigen. Das ist ja kein Problem. Ich kann dir das in drei Minuten rechtfertigen, sehr detailliert und in zehn Sekunden auch so. Hast du YouTube? Ja. Hast du Spotify? Ja. Hast du Amazon Prime? Ja. Hast du Zalando Prime? Ja. Haben die alles? Verdienst daran Geld? Nein. Hier verdienst du Geld dran. Das ist genau das Gleiche, nur du verdienst Geld dran. Das heißt, du holst das doppelt und dreifach wieder raus. Versteht trotzdem keiner. So, verstehe ich dann selber nicht, aber gut. Ist alles so eine Sache. Ich habe aber gelernt, und das muss man ja respektieren, ich glaube, für viele ist es, wir denken jetzt im Einzelfall darüber nach. Jetzt habe ich aber durch internationale Arbeit auch Salons, ja, die haben dann mal eben 350 Stylisten. So, jetzt rechnen wir mal kurz, 350 Mal, was auch immer dann in dem Land aufgerufen wird, ja, Prost. Dann hast du halt ein ganz schön großes Commitment dieser Sache gegenüber. Da musst du dich natürlich einzeln wieder damit auseinandersetzen, okay, jetzt bei 350 Salissen dann einen Sonderpreis, aber fängst du einmal damit an, dann hast du den Salat. Also, da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieser, oh, her. Und vor allem, das war zumindest jetzt eine große Zeit lang so international, ging dieser Trend von der Subscription weg. Da haben wir Paladin gesehen, die sind ziemlich stark gestrandet damit und haben dann auch nochmal ihr Modell, glaube ich, umjustiert. Und du kannst da auch so eine Option von kaufen oder Rent oder wie auch immer Kombinationen machen. Das war ja in der Pandemie sehr erfolgreich und danach ist das ziemlich abgeworfen. Alternativlos, ja. Aber ich glaube, ich verstehe das auch, aber jetzt zum Beispiel auch bei Paladin, ich meine, ja, also, ich meine, gut, du bist ja fitnessmäßig wesentlich besser aufgestellt als ich. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das so ein Thema. Ich hätte mir das so ein Fahrrad auch gekauft, also so ein Paladin-Bike. Aber warum soll ich da für ihren Typen bezahlen, der mich da anbrüllt übers Display, würde ich eh nicht benutzen. Deswegen wäre das für mich auch nichts gewesen. Dann habe ich das zum Beispiel damals beiseite gelegt, weil dann habe ich gesagt, dann hole ich mir einen anderen Heimtrainer, weil das reicht vollkommen aus. Das war ein Spanntag, haben wir einen Podcast. Ja, also ja, genau. Der Fernseher hängt jetzt im Sportraum, ja. Also wenn du Fernseher gucken willst, musst du auf jeden Fall Sport machen. Das ist clever, ne. Also man muss sich ja nur, Workaround nennt man das, ja. Wir finden halt den Weg schon richtig, dass da nochmal was passiert. Aber ich finde das spannend. Also grundsätzlich bin ich davon komplett, ja, alle Leute machen Subscription überall. Telefon auch, das ist das gleiches Beispiel. Ich meine, einen Telefonvertrag kannst du gar nicht anders machen, ja. Also gibt es bestimmt schon einen oder anderen, der das Ding kauft, aber dann muss ja trotzdem wieder einen Telefonvertrag abstehen. Und geht ja dann weiter. Lehnst irgendeine App runter und willst irgendwas machen. Autoleasing, Automeaten, whatever. So, und irgendwann, das sind alles so versteckte Dinger, haben die Leute natürlich mal so, gucken irgendwann mal nach zwei Jahren da drauf und denken so, hupala. Ja. Ist ja doch ein bisschen viel, was da irgendwie am Monatsanfang abläuft. Ja, genau. Der Bedarf für den Cashflow ist groß, ne. Also man muss halt erstmal Geld verdienen. Und das ist ja das, was du machst. Und das, ich verstehe das auch. Das ist halt für Leute schwierig zu verstehen. Und die Frage ist halt wirklich auch da, jetzt Thema Education ist ja dein Baby. Wie kriegen, kriegt man sowas vermittelt? Also jetzt hast du gerade gesagt, im 1 zu 1, im Call bist du dabei und versuchst die Leute natürlich durch Argumente zu überzeugen. Aber woher kommen diese, weißt du, unsere Emotionen geben uns Handlungsvorschläge. Und diese Handlungsvorschläge führen dann zu Taten. Die Taten werden dann zu unserer unternehmerischen Realität. Was natürlich tragisch ist, oft. Weil wir natürlich eben halt nicht schaffen zwischen unserem Selbstblick, unserer Selbstreflexion, Perception, wie man so schön auf Englisch sagt, in die Perspektive zu kommen. Das ganze Ding von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Das mache ich ja hin und wieder im Podcast mal ganz gerne, wenn es um so ein Thema geht, wie Mehrwertsteueränderung oder so. Aber das ist halt auch für den Salonbetreiber eine ziemlich wichtige Qualität, finde ich. Und auch für jeden Mitarbeiter eine Qualität. Weil es geht ja nicht darum, dass die Kundin das bekommt von dir, was du geil findest. Es geht darum, dass du das, was du kannst und weißt, anwendest, damit sie die beste Version von sich selbst werden kann. Da entsteht Wertschöpfung, da entsteht Begeistern, da entsteht Loyalität, da entsteht Cashflow. Und das Tool und Calligraphy als Konzept ist ja viel mehr als nur der Pen. Das ist ja eigentlich die Lizenz zum Gelddrucken im Salon. Und über diesen Prozess, den wir eben gesagt haben. Und das finde ich schon eine spannende Geschichte. Und die Frage ist natürlich, was müssen wir im Bereich, ich weiß, du bist ein großer Verfechter von qualitativ extrem hochwertiger Education. Ich meine, wenn man dich Haare schneiden sieht, das ist ja, ich habe es gestern noch beschrieben bei jemandem, morgen kommt der Julian Seidel. Ich kenne wenige Leute, die so Haare schneiden wie du. Das ist ja quasi wie eine Meditation. Also wenn man dir zuschaut, das ist ja so. Das haben die Leute auch gesagt, kann man sich ja angucken bei YouTube, die Show von Calligraphy Cut bei der Tophead dieses Jahr. Da sieht man ja, wie du deinen Haarschnitt machst. Es hat schon so ein Zen-artiges Ding. Also die Art und Weise, wie cool du bist, deine Körperhaltung, Body Positioning, die Art und Weise, wie du den Kalligrafen bewegst und so. Es ist schon speziell. Und ich glaube auch, dass das eine riesengroße Qualität ist. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Inspiration für andere Bedingungen. Aber, und jetzt kommt es wieder, was brauchen wir denn, um jetzt deinem Education-Bereich den nächsten Level einzuleiten? Weil es gibt halt total viel. Also über Angebot, überall. Ich meine, allein YouTube, TikTok. Du kannst ja jetzt mittlerweile in manchen Ländern einfach als Friseur anerkannt werden, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben. Also völlig irre Entwicklung eigentlich. Aber wie komme ich, und welche Bedeutung hat eigentlich hochwertige Haarschneide-Education für dich? Und was müssen wir tun, um da nochmal ein ganz schönes Stück weiterzukommen? Ich glaube, du musst die Frage nochmal konkretisieren, bei wem? Also reden wir von, für mich unterscheidet sich das schon. Hast du heutzutage, das ist jetzt egal, ob erste, zweite, dritte, aber in Deutschland, ob du Lehrlinge da sitzen hast, ob du Leute da sitzen hast, die vielleicht auf Teilzeitbasis sind, in irgendeinem Salon, oder ob du Leute dort hast, wie jetzt, oder redest du nur über Kalligrafie? Das heißt, über was reden wir? Und darauf spezialisiert, also ich kann das schon gar nicht mehr auf alle stülpen. Also das heißt, du musst erstmal selektieren, welche Gruppe oder welche Person, welchen Avatar habe ich eigentlich da? Einzelpersonen, welches Profil hat diese Einzelpersonen und was braucht diese jetzt, um sich weiterzuentwickeln? Ja, und ich finde sehr, also zumindest für mich ist das so, und das versuche ich auch in meinen Schulungen, die ich mit Kalligrafie mache, wenn ich jetzt irgendwie in England war oder hier unterwegs war, dann ist das schon so, dass ich versuche zu sehen, was bringt diese Person mit, was hat die Besonderes? Und versuche das irgendwie rauszukitzeln und zu fördern. Ich versuche in den ein, zwei Tagen, die ich mit diesen Leuten habe, nicht deren ganze Welt zu verändern. Weil das, also wenn ich dich in zwei Tagen aus deiner Welt raushole, dann läufst du durch die Gegend und weißt gar nicht mehr, wo du bist. Und das ist halt schwierig. Ja, wenn du denen ein neues Werkzeug gibst, wenn wir jetzt mal über Kalligrafie reden, aber es ist auch egal mit jeglicher anderen Education. Ich glaube, du musst die Stärken fördern, das ist so ein bisschen wie ins Fitnessstudio gehen. Du trainierst die großen Muskelgruppen und die kleinen werden automatisch mitwachsen. Ich glaube an dieses Konzept auch in der Education. Das heißt, wenn du die Stärken noch mehr förderst und dich darauf fokussierst und die anderen Kleinigkeiten so ein bisschen mitnimmst, dann fühlen sich die Leute auch abgeholt, weil ansonsten fühlt sich das immer eher an wie, du machst das falsch, das falsch, das und das musst du noch verändern. Und dann sitzen die hinterher da und haben Angst und Angst blockiert. Und was passiert im Salon? Es wird nicht angewendet. Das kenne ich noch aus meiner Lehre. Und so wollte ich mich nie fühlen. Das war der Grund, warum ich irgendwann zurückgegangen bin und habe gesagt, ich will diese Schwächen gar nicht haben. Ich will Haareschneiden wirklich verstehen und wissen, wenn ich das da hinziehe, was passiert da. Okay, ist klar. Also ja, das System, das hilft einem. Es gibt einem Sicherheit, wenn man einen gewissen Haarplan hat. Also ich finde das echt spannend. Und scheiden sich ja wahrscheinlich auch nur ein bisschen die Lager. Ich meine, wenn man zum Beispiel, ich finde das so lustig, also bei Tony and Guy hatten wir ja auch die technisch perfekte Education eigentlich. Du weißt genau, was passiert, wenn du da die Haare mit der Methodik halt bearbeitest. Und dann siehst du jemanden wie Anthony Moscolo, der das Ding in die Hand nimmt und dir dann Haarschnitt hinzaubert und du denkst so, hä? Ja, genau. Ja, das ist, also es ist mal die Frage, was ich will. Was nennen wir Education? Education nennen wir, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Mein, ich weiß noch, mein erstes Tassun-Seminar, das habe ich, da war ich in der Lehre, habe dann irgendwas in Frankfurt gebucht, da in dem Salon, bin da hingefahren, zwei Tage, habe Haarschnitte und da habe ich schon gesagt, okay, alles klar, das ist meine Welt. Habe aber diese Haarschnitte, die ich da dann vormittags dreieinhalb Stunden mir angeguckt habe und nachmittags dreieinhalb Stunden geschnitten hat, das waren dann vormittags eine Haarschnitte, nachmittags eine Haarschnitte, das dauert ein bisschen länger da. Und das, was ich dann da gemacht habe, ich habe Bilder von gemacht und so, alles super toll. Bin dann nach Hause gefahren, habe ich nie wieder geschnitten. Warum nicht? Weil du bist fasziniert in dem Moment. Ich habe mir irgendwann in meiner Karriere gesagt, ich möchte das, was ich vermittle, dass die Leute das anwenden. Deswegen sage ich, Gruppen selektieren und dann versuche ich natürlich nicht damit zu sagen, jetzt müssen wir auf jede einzelne Person eingehen, auf jeden einzelnen Peeps. Aber ich glaube schon, du musst so ein bisschen als Educator rausfiltern, was habe ich da gerade vor mir, wen habe ich da gerade vor mir. Das ist halt unterschiedlich. Das kannst du nicht alles so über einen Kamm scheren und sagen, so ist das halt. Also diese Menschlichkeit bei der Education ist für mich zumindest super wichtig. Also, was muss passieren? Es muss grundsätzlich ein höheres Niveau erreicht werden bei der Education und wir müssen uns bei den, die richtigen Gruppen im Prinzip, wir müssen Cluster bilden und müssen dann individualisieren können. Wir müssen tatsächlich schauen, okay, wo sind die Stärken der Leute und damit arbeiten. Ja, definitiv. Welche Rolle spielt so das Thema Business bei der Education für dich? Also, und das ist eine Sache, die mich natürlich schon meine ganze Karriere umtreibt, weil es gibt Show-Business. So, Show können viele, aber was ist mit der Business-Komponente? Weil ich habe so das Gefühl, dass auch da, du hast jetzt eben gesagt, in den USA zum Beispiel, gibt es Leute, die betreiben Suites, die sind Vermieter. Dann gibt es Leute, die haben große Salons mit 350 Stylisten. Sie sind garantiert selber nicht am Stuhl. Ja, also das sind Unternehmer, würde ich mal sagen, weil sie halt den ganzen Tag gucken, dass sie mit den Ressourcen, die sie einkaufen, halt Mehrwert kreieren. Die sind sich wahrscheinlich sehr bewusst, wo die Wertschöpfung stattfindet. Dann gibt es halt kleinere, selbstständige Handwerksbetriebe mit Mitarbeitern. Also, wir haben ja eine ganz unterschiedliche Struktur, auch in unterschiedlichen Märkten. Wie wichtig, welche Rolle spielt da tatsächlich auch so ein bisschen eine Qualifizierung, um die Business-Seite jetzt auch von Calligraphy Cut zum Beispiel zu verstehen, zu durchdringen. Also, mein alter Dreisatz ist ja erkennen, verstehen, verändern. Aber ich kann es nur verändern, wenn ich es halt vorher verstanden habe. Sonst mache ich halt irgendwie komische Sachen, die vielleicht nicht zielführend dann sind. Das heißt, wenn ich erkannt habe, okay, da passiert was, was brauchen die Leute da in dem Bereich? Also, wenn wir jetzt vom internationalen Markt, wie den USA zum Beispiel, reden, dann ist das sehr einfach. Show me the money. Ja, absolut. Da sind die ganz schnell bei. Lass da arbeiten, das ist einfacher. Ja, genau. Da sind die ganz schnell. Also, ich habe das eben gesagt, so wie die verdienen. Und dann rechnen die sich das ruckzuck hoch. Und sagen, okay, das ist ja easy. Da muss ich nur das Werkzeug benutzen und verdienen mehr Geld. Das ist ja kein Thema, ne? Und das Schöne ist, und das ist nochmal das Interessante an diesem, ich finde, Wertschöpfungspunkt. Es ist ein Win-Win for everyone. Heißt, die Kundin gewinnt, weil sie einen tollen Haarschnitt hat, den sie nicht woanders kriegt. Du gewinnst, weil du dich weitergebildet hast, weil du dich out of the box bewegst, weil du dich mit dem Neuesten vom Neuesten und nicht nur neuen Trends, sondern ganz neuen, ja, eigentlich eine ganz neue Kultur erlernst. Oder bist Mitglied einer neuen Kultur. Und dein Business hat gewonnen, weil die Kundin gibt mehr aus und das von Herzen. Und du nimmst mehr ein und das auch von Herzen. Also es sind überall Vorteile. Ja, perfekt. In Deutschland, ja, auch das ist, habe ich dir eben vom Konzept der Subscription erzählt, es ist, ja, kann ich dir da wirklich mehr für nehmen? Also geht das denn? Also macht meine Kundin das mit? Ist ja schon da der Fehler, dass, ich, auch ein Tipp, ich glaube, dass schon da der Fehler passiert. Wir wissen ja, ein Nein wirkt ungefähr 40 Mal stärker als ein Ja, wenn eine Kundin Nein sagt. So, jetzt hast du den Plan voll und hast meinetwegen sechs Haarschnitte am Tag und dazwischen die ganzen Farben und vielleicht ein paar Herren und wie auch immer, je nachdem, wer wie busy ist. Und dann berätst du morgens zwei Kalligrafiehaarschnitte und sagst, Mensch, hier, toll, und habe ich jetzt durch den Podcast vielleicht mal wieder gesehen oder ich habe es gerade gelernt oder was auch immer. Ja, ja, und dann sagen die, ach nee, ich bin eigentlich so zufrieden und kam da immer gut mit zurecht und mehr Zeit ist jetzt auch nicht, muss nicht sein. Dann bist du schon mal blockiert. Was dann passiert ist, du selektierst schon, dass du die anderen gar nicht mehr berätst. Ja, da verlierst du schon. Ja, klar. Das ist eigentlich unfair den Kunden gegenüber, wissen wir auch alle. Oder du bist im Seminar, lernst das gerade, passiert immer. Ja, an der könnte ich das machen, an der könnte ich das machen. Nein, du kannst das an jedem Haar machen. Da bin ich auch starker Verfechter von. Ganz am Anfang, irgendwann mal, als das gegründet wurde, haben wir gesagt, wir müssen hier mal eine Klammer aufmachen, weil so für super, super blondierte Haare oder so ist jetzt vielleicht nicht der Knaller, weil wenn eine Klinge ein blondiertes Haar berührt, dann haben das andere Falschverstands gesagt, nee, also an Highlights kannst du das auf keinen Fall machen. Das ist alles Quatsch. Du kannst das überall machen, aber hör auf zu selektieren. In den internationalen Märkten, auch in England, haben die gar keine Angst davor. Ran, fertig. Die sind dann kreativ und die lernen das dann weiterhin durchs Machen. Wobei wir auch sagen, bei Kalligrafie hat sich die Education auch ein bisschen gelockert. Also das war schon sehr, ich sage jetzt mal deutsch, sehr strukturiert, sehr boxed, sehr, so muss es sein und nicht anders. Und das kann dann wieder zu Angst führen, weil du sagst, okay, mache ich das hier richtig? Dann ist kein Trainer mehr da nach dem dritten Tag und dann bist du da alleine. Fear of messing up. Ja, also gut, aber das ist natürlich zum Glück vorbei. Auch da haben so Kollaborationen mit Anthony Moskullo uns so, glaube ich, Wirkung gezeigt, dass man ein bisschen Freiheit zulässt. Ja, auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Freiheit zulässt, genau. Und das ist ja auch das Schöne. Also da kommt da Leichtigkeit rein. Du kannst eigentlich keine Fehler machen, du kannst nur lernen. Ja, und das ist ja eine großartige Sache. Deswegen, ich finde, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die das jetzt nimmt. Das wird visuell viel stärker. Also die visuelle Aussage, die Qualität der Haarschnitte. Ich finde, die Kollaboration, alles, was da auch international passiert, löst so viel Momentum, wieder Begeisterung aus. Identifikation auch der Kalligrafie-Leute. Also gestern, wie gesagt, der Salon, wo ich war, die kalligrafieren auch alle. Und das war auch deren Feedback. Na ja, mega, was da passiert gerade im Moment. Also man merkt richtig, dass das nach vorne geht. Sei es jetzt über, was auf den Social-Media-Kanälen passiert, was sich da verändert mit der Zeit oder auch jetzt Kollektionen etc. Da gibt es halt unheimlich viel Material. Aber ich komme nochmal ganz kurz zurück mit dem Business-Aspekt. Weil, ich höre das natürlich, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, kann ich dafür mehr Geld nehmen? Höre ich natürlich immer wieder. Jetzt sind wir jetzt gerade natürlich auch in England stark aktiv mit unserem neuen Playdate-Konzept, welches wir da ausrollen. Und das ist natürlich immer wieder die Frage, kannst du dafür mehr Geld nehmen? Ich würde ja die Frage ein bisschen umformulieren. Ich sage, wie viel mehr Geld würdest du davor verlangen? Also dann ist das ja nicht mehr eine Frage von Ja oder Nein, sondern nur noch A oder B. Aber es ist interessant, dass Friseure glauben, ich brauche es mehr Education machen, um irgendwie die Preise erhöhen zu können. Eigentlich ist es ja so, den Fokus zu verändern auf das Kundenerlebnis. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das in die Köpfe der Friseure rein, ohne dass es sich so anfühlt, wie du eben beschrieben hast, ich will die ganze Welt verändern, ich kann mich gar nicht mehr orientieren. Sondern eher so, okay, alles klar, ich kriege jetzt mal so einen Twist, wie die Amerikaner sagen, show me the money, zeig mir das Geld und ich mache das, easy. Hauptsache ich bin reicher danach. So, wie kriegen wir das nach Europa rüber? Weil hier ist, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen Understatement mäßig, so ein bisschen wie der feine englische Gentleman, weißt du, der sagt, oh besser hier, under promise, over deliver und so. Aber das funktioniert nicht, also auf jeden Fall nicht gut. Und vor allem nicht in so einer überkommunizierten Welt, in der wir jetzt sind, sondern müssen den Leuten schon irgendwie Klarheit geben. Wie du eben gesagt hast, ich fände es richtig schön, die Formulierung, werde ich auf jeden Fall mal ins Coaching aufnehmen. Der Service mit mir kostet heute das, das werde ich auf jeden Fall auch benutzen, das ist ein richtig geiler Punkt. Der ist jetzt schon fünfmal wieder aufgepoppt, während wir so reden. Also deswegen auch die Einladung an euch Leute, nutzt das ruhig mal, probiert mal aus, was damit passiert. Aber ja, wie kriegen wir das hin? Oder wie würdest du damit jetzt umgehen? Also du bist eher derjenige, der an der Front die Education macht. Ja, also ganz wichtig, Sicherheit schaffen. Man muss darüber, also wir reden darüber, auch in den Seminaren. Besprechbar machen, man muss darüber reden. Ja, das ist wichtig. Die Leute da aus der Komfortzone holen und wirklich auch mal hinsetzen und sagen, so, jetzt beraten wir mal und machen da ein Rollenspiel. Das ist dieses alte Ding, ja, aber Rollenspiel ist so doof. Ja, es ist doof, aber ganz ehrlich, du musst es ein paar Mal im Unterbewusstsein verankert haben, damit du das auch hinterher so machst, weil ansonsten gehst du am nächsten Tag in den Salon. Du gehst auch, ich kenne das Gefühl, ich kenne das ja alles. Das heißt, du gehst da rein und denkst jetzt so, die mache ich jetzt, das wird es jetzt. Und dann denkst du, äh, oder lieber doch nicht. Sondern ziehst du kurz vorher noch zurück. Ja, also wenn wir jetzt von einer, ich sage mal, Friseurin reden zum Beispiel, die etwas zurückhaltender ist und nicht so mit der Faust auf den Tisch schaut, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt aber, wenn du im Training diese Sicherheit schaffst, und da bin ich ein ganz großer Fan von, alles, was mit Angst zu tun hat, wirst du hinterher nicht tun. Und deswegen versuche ich, versuchen wir, die Education schon so aufzustellen, dass das Sicherheit schafft und vor allen Dingen immer wieder zugänglich ist. Das ist halt wichtig. Und selbst wir von, also Kalligrafie versucht ja schon immer wieder daran zu erinnern und sagen, ey, guck doch nochmal rein, guck doch nochmal hier, guck doch nochmal da. Ja, und da haben wir uns, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt mittlerweile, dass wir nicht nur als Trainer vor Ort oder du musst irgendwo hinfahren, sondern dass du online überall darauf zugreifen kannst, alles, was du brauchst, um dich selber erfolgreicher zu machen. Der Trick ist nur in dieser Welt, man muss ja auch so ein bisschen selber was dafür tun. Das ist so ein Appell. Okay, ich kann niemanden zwingen, aber letzten Endes würde ich jedem empfehlen, auch selber so ein bisschen mehr Hunger zu haben für das, was ich dann will. Und wenn ich das investiere, dann habe ich auch wirklich mehr was davon. Ja, ja, total spannend. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema. Du musst auch heute, also ich sage mal, wenn man sich selbst schon als Unternehmer bezeichnet, dann ist man schon ganz weit weg vom Thema Unterlasser zu sein. Ja, und man muss aber etwas tun. Und ich glaube, Mut gehört dazu, Sicherheit gehört dazu, Struktur gehört dazu. Da gehören viele Faktoren dazu. Ich meine, im letzten Podcast haben die Must jetzt relativ viel erzählt, wie sie das so mit ihren Salonmandanten machen. Die Leute, die bei uns im Coaching sind, wissen, wie man es auch machen kann. Und ich glaube, dass der Weg grundsätzlich immer mit dem Unternehmer anfängt. Der muss sagen, ich will mehr. Ja, ich will weg von diesem Abgrund, der sich da auftut. Ich möchte nicht länger akzeptieren, dass ich wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr hinterm Stuhl stehe oder wenn ich nicht mehr arbeite aus Spaß wie dein Vater, sondern wenn ich einfach wirklich jetzt einfach so weitermache, da ist ein Cliff, da ist Ende. Dann bin ich auch Flaschensammler. Das muss man auch mal ganz ehrlich mal benennen. Weil die Realität der meisten Friseurgeschäfte, und das ist auch in vielen Ländern so, ist halt so, dass du am Ende, wenn du aufhörst zu arbeiten, nach 40 Jahren selbstständig richtig rumhasseln, nichts hast. Und wenn du nichts hast, dann hast du halt ein großes Problem. Und ich meine, wir werden immer älter, wenn du dann noch 30 Jahre hast in deinem Ruhestand und du kannst dir eigentlich nichts mehr leisten und kannst am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben. Also ich will das nicht so ganz Horrorszenario malen, aber eigentlich schon. Ich glaube, wir die Leute auch mal einladen wollen, einfach mal ein bisschen perspektivisch, ein bisschen weiter den Horizont größer zu machen. Weil so eine Entscheidung für so ein Konzept wie Calligraphy Cut ist halt auch eine, die dir langfristig Wohlstand sichern kann. Und deswegen bin ich auch überzeugt, weil wir haben jetzt wieder ein bisschen Goldstaub, der da überliegt. Viele sehen es noch nicht, aber wenn man sich mal so anguckt, die Zyklen, wie sich die Welt so verändert. Wir sind jetzt wieder an der gleichen Stelle, wo dein Vater damals gesagt hat, hier liegt überall Goldstaub rum. Das heißt, wenn du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst, dann kannst du Wohlstand für die nächsten Generationen aufbauen und sichern. Und wir sind jetzt quasi im Tal angekommen. Ich glaube, die meisten kriegen das mit. Auf jeden Fall, wenn wir die Daten reingucken, und das wird demnächst wieder hochgehen. Und die Frage ist, um nochmal auf deine Düsseldorf-Bühnenfrage zu kommen, bist du dann im Zug oder bist du draußen am Bahnsteig und schaust, wie der abfährt und siehst die roten Lichter von hinten leuchten. Also hoffentlich ist kein ICE, der fährt ja meistens nicht. Aber in Japan die Dinger fahren immer pünktlich. Aber das ist genau das Thema, wo ich sage, hey Leute, Appell an dieser Stelle, macht euch mal wirklich Gedanken, nehmt euch mal wirklich auch ein paar Minuten Zeit und hört den Podcast ruhig auch nochmal zweimal. Wir sind da nicht am Ende, keine Sorge. Aber ich finde, da war jetzt schon so viel Material drin, wo du als Unternehmer eigentlich bei der Unternehmerähre gepackt sein müsstest und zu sagen, hey, weißt du was, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich nehme den Impuls jetzt mal auf und versuche das einfach mal für mich, für mein Team, für meine Kunden, einfach mal mindestens mal durchzudenken. Und mal zu überlegen, okay, wenn ich da ein ungutes Gefühl habe an der einen oder anderen Stelle, ist das eigentlich so der innere Schweinhund, der dich in der Komfortzone zurückhalten will, in dem Käfig, den du dir selber gebaut hast. Dein Hamsterrad, in dem du dich drehst, wo du denkst, ja, das ist auch eine Karriereleiter, wenn die Sprechen immer an mir vorbeifliegen. Oder ist es tatsächlich jetzt Zeit, auch mal rauszusteppen ein bisschen und zu überlegen, okay, was sind denn meine Stärken, wie du eben gesagt hast. Okay, ich bin eigentlich der Haarschneider, ich will positioniert sein als der beste Haarschneider in der Stadt. Cool, dann ist das vielleicht jetzt eine Möglichkeit, eine Chance für dich, aber mach was. Also mach was und wenn du angezündet bist, dann kannst du auch, hast du die Chance, dein Team auch mitzunehmen auf die Reise. Und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages auch, ins gute Handeln zu kommen, aber auch dein Team zu befähigen, ins gute Handeln zu kommen. Also nicht nur mit Produktschulung und so, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen mit ein paar neuen Aspekten, die man umsetzen kann. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf dein Thema mit der Rolle von Inspiration. Also auch da kam eine Frage tatsächlich aus der Community. Der liebe Marcel hat geschrieben und hat dann gesagt, ey, das letzte Video, was er da von dir gesehen hat, mega geil, ja, Wüste, ja, kurze, coole Haare, also nicht so dieses typische lange Waller-Waller-Balayage-Farbverläufe von hinten, sondern, ey, voll Action drin, Dynamik, coole, cooles Licht, ja, wo holst du deine Inspiration her? Also ich meine, vielleicht kannst du mir kurz erzählen, was da auf dem Video zu sehen ist, ansonsten muss man mal dir auf Social Media folgen und dann sieht man das, ne? Ja, genau, das ist das letzte Video, was jetzt gepostet wurde. Das haben wir, da haben wir einfach für Social Media ein bisschen Marketing geschossen und da war ich zu Besuch bei David und wir sind dann rüber zu einem Salon, wo er ein bisschen was gezeigt hat, wo wir ein bisschen gesprochen haben, in Arizona und, naja, Arizona liegt halt mitten in der Wüste und dann haben wir gesagt, The Desert is calling. Hier, hier, direkt rein, ohne irgendwas, einfach mal Freiheit, weite Sicht und so weiter. Also ich hole mir super viel Inspiration beim Reisen und es gibt da, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen darf oder wie weit ich hier so, aber es gibt eine super Geschichte, Tobias Beck wirst du wahrscheinlich kennen. Habe ich schon mal gehört. Genau, es gibt eine super Geschichte, ich war letztes Jahr auf dem Greater Festival und habe mal ein bisschen rumgeguckt und da hat er eine tolle Geschichte erzählt, als er klein war, dass er einen Großvater oder einen Onkel in Amerika hatte und der ist dann Weihnachten immer gekommen und hat immer tolle Geschenke mitgebracht, weil in Amerika sind die Geschenke anders und dann hat er es ausgepackt und dann war da ein Aquarium mit einem Fisch drin. Dann war er ziemlich enttäuscht, sag ich damit, also das kann ich mir auch hier kaufen und dann hat der Onkel gesagt, du musst den Fisch beobachten, füttern und immer beobachten und wenn sich was verändert, rufst du mich an. Ja, das war so ein kleines Kugel-Aquarium. Er hat den Fisch so zwei Wochen irgendwie beobachtet und dann war es auch langweilig und im nächsten Jahr hat er sich dann wieder auf seinen Onkel gefreut. Der ist dann gekommen, riesengroßes Geschenk dabei. Ja, war ein größeres Aquarium. Was das denn jetzt sollte? Ja, dann hat er den Fisch ins neue Aquarium und hat gesagt, wenn du was siehst, sofort anrufen und irgendwann nach ein paar Tagen rief er oder nach ein paar Wochen rief er den an und hat gesagt, ja, ich habe was beobachtet. Was hast du denn gesehen? Ja, der Fisch ist gewachsen. Quintessenz dieser Geschichte ist, du wächst mit deinem Umfeld. Das heißt, wenn du rausgehst und begibst dich in andere Städte, das ist ja für mich zum Beispiel hier schon nach Berlin oder Potsdam zu kommen. Ja, das ist inspirierend. Dann gehst du einmal irgendwo durch Berlin und siehst da was, da was, da was und sagst, das und das und das kannst du machen. Gehst mal so durch die Geschäfte, siehst mal so durch die siehst ein paar Graffitis und so. Das finde ich geil. Also Reisen erweitert den Horizont. Deswegen so alle Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten und sagen, nach Amerika muss ich nicht hin, das ist mir auch viel zu groß und zu weit, ich fahre lieber nach Teneriffa und lege mich an den Strand. Ist bestimmt auch schön, aber ich glaube, du brauchst das zwischendurch, um mal einmal so deine Kreativität anzuhauchen. Und da nehme ich vieles her, also von den Reisen, alles was ich sehe, versuche ich irgendwie so voll. Das versuche ich nicht mal, sondern das explodiert dann irgendwann, dass ich denke, boah, super. So wie da halt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir stellen das auf und dann haben wir gleich noch drei andere Shootings dran gehängt, die auch ziemlich cool waren, auf dem Flugplatz und so. Also es war echt ein starker Besuch. Ja, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also wenn Leute das, und das ist das Schöne, du machst Content, du nimmst deine Inspiration, setzt sie direkt um und andere Leute gehen damit in Resonanz und sagen dann, hey Mensch, mega geil, ne? Also wo holst du deine Inspiration her? Vom Reisen, ganz bewusst dein Umfeld verändern, wie du eben gesagt hast, das Aquarium größer machen, andere Menschen in dein Umfeld einladen, ne? Und dann halt gucken, okay, Augen auf, ne? Gibt es so einen tollen Film, ne? Always Look Up. Ja, ja. Da hängt meistens richtig viel rum und das ist auch zum Beispiel, wenn du nach Berlin gehst, also ich liebe ja auch Street Art, ne? Hier liegen so ein paar Bücher rum und so, ne? Banksy und Co. Das muss man halt haben als Kreativer, ja? Hin und wieder einfach mal wirklich aus einer anderen Perspektive die Dinge zu betrachten. Und es gibt, kann ich jedem nur sagen, wenn du nach Berlin kommst, guck mal nach oben, ne? Da hängt so viel Street Art oberhalb deiner normalen Sichtfläche, auf den Verkehrsschildern, auf den Verkehrsampeln, unter irgendwelchen Balkonen und so, das ist unglaublich. Und du siehst eigentlich immer die Stadt aus einer unterschiedlichen Perspektive, ne? Und das haben wir in London natürlich früher ständig gemacht, in East London und so, irgendwelche Street Art Galleries und so. Aber ich kann das schon gut nachvollziehen. Und dann, wenn du den Impuls hast, gehst du halt damit in die Umsetzung und machst was damit, ne? Ja. Also ich hatte, das muss ich auch sagen, das muss man sich auch so ein bisschen antrainieren, weil sonst läufst du dran vorbei, ne? Genau. Genau das, was du sagst, mal nach oben gucken. Und was bei mir wirklich so war, das muss ich auch sagen, das war Frank, der mir da beigebracht, aber der hat mich da auch ein bisschen trainiert drauf. Gar nicht bewusst, sondern hat mir das als Freund eher gezeigt. Wir waren mal zusammen, wo war das denn, in New York, meine ich. Da waren wir zusammen und dann sagt er, guck mal da und guck mal da und guck mal hier und guck mal da. Was hat er denn? Und lauf mal langsamer, du läufst ja an allem vorbei. Und dieser Satz ist heute noch in meinem Kopf, wenn ich irgendwo zum Beispiel durch London gehe, lauf langsamer. Ja? Ja. Also das ist so, ich finde dazu passt, wenn ich nochmal kurz darauf zurückkommen darf, du hast eben so von dem Tal gesprochen, wo wir vielleicht aktuell drin sind oder geht das Tal noch ein bisschen tiefer, wer weiß. Das habe ich von einem sehr, sehr, sehr geschätzten Friseurkollegen von uns, Lars Nikolaisen aus Hamburg, das ist Friseurunternehmer dort und der hat letztens einen Satz zu mir gesagt, wo ich dachte, yo, man sagt ja so schön Augen zu und durch, ne? Auch viele vielleicht jetzt, die das hören und sagen, das ist ja schon irgendwie alles noch so ein bisschen, hat noch so diese Nachzüge und wer weiß, wie das denn alles wird und die Politik und überhaupt, Lars sagt Augen auf und durch und das passt richtig gut, finde ich hierzu, du musst halt wirklich die Augen offen haben, ein bisschen langsamer gehen und versuchen, diese Dinge mitzunehmen für dich und dann möglichst nach deinem Ermessen das umzusetzen, dann kannst du nicht alles auf einmal machen, das dann channeln oder eben abgeben, das ist auch toll, Leute mit in die Verantwortung nehmen, die, die wollen, werden auch ein bisschen weniger, aber die, die wollen, das ist toll. Ja, wollen und können, wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Aber hey, ja voll cool, Augen auf und durch, ja mega, da finde ich gut, ja genau, jetzt ist ja eh der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen wachsam und achtsam zu sein, ich meine, passiert ja gerade so viel, wenn man da mal rechts und links schaut und mal sich überlegt, okay, was in den letzten Jahren so passiert ist, macht schon Sinn, sich auch mal auf sich selber ein bisschen wieder zu besinnen und mal zu gucken, ist das alles wahr, ist das alles wichtig und bringt mich das weiter. Ja genau. So wie Sokrates das früher gesagt hat, ich glaube die drei Siebe von Sokrates heißt das, genau, ist es wahr, ist es wichtig, bringt es mich weiter, hilft es mir. Und das ist glaube ich auch für Salonunternehmer, Inhaber, wie man sich auch immer dann nennt, ein ganz wichtiger Punkt, ja einfach mal so eine Baseline zu kreieren, okay, was ist denn wichtig für mich, was sind meine Werte, was ist mein moralischer Kompass und wie sieht Erfolg eigentlich aus für mein Unternehmen und das fragt ja auch ganz stark, wann ist Erfolg Erfolg, ja also wenn er sich nach Erfolg anfühlt als erstes mal und dann müssen natürlich auch noch ein paar finanzielle Parameter passen und so, aber das ist schon eine ganz interessante Geschichte auch für dich selber mal zu überlegen, lieber Zuhörer oder Zuschauer, mal, wann ist Erfolg für dich Erfolg, also das ist schon glaube ich eine ganz wichtige Kiste, weil dann fühlt sich das, was man macht, vielleicht so an wie bei deinem Papa, nämlich nicht nach Arbeit, sondern nach etwas, was Passion ist und man lebt das einfach, das ist das, was da ein Karma sozusagen vorgegeben worden ist, das ist mega cool. Ich habe hier noch ein paar Dinge für dich, wohin entwickelt sich der Markt denn jetzt, wir sind ja schon an dem Punkt angekommen, also wenn du jetzt mal, mit dem, was wir jetzt alle schon besprochen haben, wir sind schon ein paar Minuten unterwegs jetzt hier im Podcast, wo entwickelt sich der Markt hin, also wenn du jetzt zum Beispiel mal Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir für den Dachraum schon mal angesprochen oder auch England oder Irland, Europa generell, wo entwickelt sich der Markt hin, also wo entwickelt sich so diese Friseurbranche hin, was denkst du, mal ganz echt, du bist ja the real Julian Seidel, also kein Marketing, sondern wirklich jetzt Hand aufs Herz, wenn du jetzt einfach als Unternehmer aus Gütersloh, dir den Kontext anschaust, du hast eben viele jetzt in der politischen Situation und so weiter, was denkst du, wie die Friseurbranche in drei Jahren oder in fünf Jahren aussehen wird? Kommt auch wieder darauf an, wo und welches Land und was betrachten wir. Das machen wir hier in Deutschland. Ja, ja, genau. Wenn wir jetzt den deutschen Markt nehmen, dann glaube ich nämlich, deswegen habe ich eben einmal so kritisch geguckt, sind wir noch nicht so ganz im Tal angekommen. Ich glaube schon, dass das noch ein bisschen abwärts gehen wird. Ich hatte letztens eine interessante Unterhaltung. Da sagte ein Kunde zu mir, ja, dann hat es aber auch mal der Letzte verstanden, dass es so nicht geht. Das fand ich ganz interessant. Ach, süß. Das muss ja auch für eine Zeit lang halten. Ich glaube schon, dass das noch ein bisschen abwärts geht. Aber dann sind Chancen da. Dann sind auch Chancen für den Markt da. Und ich glaube, das glaube ich ganz sicher, dass dann Menschen sich Dinge suchen, die einem gut tun. Das heißt, dazu gehört auch der Friseur. Der zugehörten Wohlgefühl. Weil, man muss ja mal so sagen, wir haben einen Krieg in Europa. Das ist schwierig für viele. Dadurch mischt sich vieles. Aber wenn sich das irgendwann mal alles wieder beruhigt, dann, wer weiß, ob sich das Aussehen so bleibt oder dann weniger wird. Aber irgendwann wird es ja so sein. Das lehrt uns ja die Geschichte. Dass es dann weniger wird, dann werden sich Menschen Dinge suchen, die ihnen gut tun. Das gibt es in der Geschichte alles. Also das hat alles schon gegeben. 1930 ähnliche Situation. War genau das Gleiche. Und ich glaube schon, dass dann der Friseur, wenn er sich richtig aufstellt, das ist auch wieder dieses, bist du jetzt auf dem Zug oder nicht, musst dich halt jetzt schon dafür ausrichten. Nur, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, sich für etwas auszurichten, von dem du glaubst, dass es so kommt. Das ist dann immer so dein eigenes unternehmerisches Risiko. Ist das jetzt der richtige Weg? Aber ich glaube schon, dass unser Business schwierig durch Roboter ersetzt werden kann. Kann es bestimmt irgendwann, wenn Herr Musk da mit seinen Tesla-Robotern kommt, dann wird das bestimmt möglich sein. Aber das wird niemals dieses... Ja, das willst du ja nicht. Ja, genau. Das willst du nicht. Das wird niemals dieses menschliche Ersetzen. Und ich glaube schon, dass, wie gesagt, Menschen sich dann etwas suchen, was ihnen gut tut. Und dann solltest du möglichst Dienstleistungen haben und mit den Teams so präpariert sein, dass du das auch abfangen möchtest. Das muss man gerne machen. Wenn man das nicht gerne macht, dann ist das schwierig. Wenn es nicht authentisch und dann kommt es auch nicht so an. Ja, so gut. Also ich meine, die Roboter von Elon Musk, ja, ich meine, ich glaube, die menschliche Arbeitsleistung wird immer billiger sein als so ein Roboter. Ja. Und die Wertschöpfung halt so klein, dass es sich nicht lohnt, das irgendwie zu automatisieren. Und dazu kommt ja noch was. Der Gründer von OpenAI hat ja auch mal gesagt, es gibt fünf Berufe, die niemals durch KI oder Roboter ersetzt werden können. Platz eins der Friseur. Ja, also die wissen auch, dass da Limits sind. Aber ja, du kannst trotzdem, und das ist die Frage, wenn KI zum Beispiel, also das ganze Thema künstliche Intelligenz, Maschinen zu besseren Maschinen macht, wie können wir in der Friseurbranche künstliche Intelligenz nutzen, um bessere Friseurgeschäfte zu machen? Geil, geil. Ja, das ist im Moment eines meiner Lieblingsthemen. Ja, weil das nutze ich unfassbar viel, auch für mein Unternehmen. Es werden einige denken, hä, bist du bekloppt? Aber das ist ein Thema, das kann ich echt nur empfehlen. Mega, ja. Das habe ich nämlich auch aus dem Ausland mitgebracht. Da sind die ja teilweise doch dann ein bisschen weiter als wir. Und also, für die, die zuhören, ich würde es mal, probiere es mal eine Woche aus. Ich saß in einem Vortrag, wo jemand gesagt hat, ja, jedes Mal, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, und das ist zweimal am Tag, zehn Minuten, das heißt insgesamt 20 Minuten, spreche ich mit meiner AI. Das heißt, er redet mit ChatGPT. Klingt jetzt erstmal relativ bekloppt. Aber, wenn ich jetzt mit dir rede, dann sind das so Hypothesen, die wir aufstellen und so. Das ist auch alles schön. Wenn ich jetzt mit ChatGPT rede und sage, zum Beispiel, gab es ähnliche Situationen, wie die aktuelle, die weltpolitisch halt hier auf der Erde herrscht, schon mal in der Geschichte der Menschheit. und dann spuckt er dir genau die Daten aus innerhalb von zwei Sekunden, die du hören musst. Und dann kannst du darauf ein Gespräch aufbauen. Was wurden damals für Gegenmaßnahmen ergriffen? Wie hat das Friseure vielleicht? Was für einen Effekt hat das an Friseuren gehabt? Wie hat die Branche reagiert? Wie haben Kunden reagiert? Wie war das Kaufverhalten? Und so weiter. Das kann ich ja bis ins Detail weiterspielen, bis der nicht mehr kann. Und der kann lange. Das heißt, ich kann das alles erfragen und habe Daten vielleicht, jetzt mal an diesem Beispiel, an der Geschichte gesehen, gemessen und sehe komplett vielleicht identische Dinge, die ich heute als Unternehmer machen kann, wo ich aus der Geschichte gelernt habe, wo ich Fakten aus der Geschichte habe. Das ist ein Beispiel, wie man das machen kann. Viele kreieren damit Instagram-Posts oder machen ganze Posting-Pläne. Auch super. Also du kannst AI schon nutzen für dein Unternehmen. Was ich gemacht habe und den Tipp würde ich echt mal jedem geben, ist, wer ChatGPT nutzt oder hat oder welche AI auch immer, sollte sich die vorne unten, die meisten haben ein iPhone oder eben in seinem Telefon unten auf die Favoriten legen und anstatt Google anfangen, das zu nutzen. Dann wird es nämlich richtig spannend, weil dann fängst du wirklich an, ah, okay, weil du musst erst mal umswitchen. Dieser Switch von Google auf ChatGPT muss kommen und wenn das da ist und du sprichst das wirklich mal so durch, das ist echt interessant. Und das Coole ist, du kannst immer wieder darauf zurückgreifen. Du kannst sagen, ah, warte mal, das Thema hatten wir ja schon mal. Das ist alles auf deinem Desktop quasi gespeichert und du kannst es dir runterziehen, kannst daraus einen Bericht machen, kannst das in Teammeetings vorführen oder so. Es ist schon sehr cool. Also ich bin da großer Fan von, das zu nutzen, weil viele haben jetzt so, ja, AI ist ja auch alles gefährlich und wenn das alles selbstständig wird und überhaupt. Jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist im Prinzip... Oder nochmal Terminator. Ja, genau. Oder das. Das ist ja im Prinzip nur alles zusammengefasst und ein bisschen schneller, bevor ich 18 Seiten bei Google aufblätter. Also ich spare mir ein bisschen Zeit, aber ansonsten ist das doch ganz nett. GPT, ne? Ja. Generative Pre-Programmed Transformer. Ist das so? Ja, heißt das. Ah, interessant. Wurde ich nicht. Ich nutze das, aber ich wusste nicht. Nein, aber dafür ist es interessant. Es ist halt nicht wirklich intelligent. Es ist einfach nur sehr schnell beim Abrufen von Informationen und ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde sowieso, Digitalisierung im Friseur-Business ist für mich zwei Themen. Bessere Entscheidungen treffen. Dazu gehört das, was du eben gesagt hast. Ich habe einfach mehr Informationen, mehr Datenpunkte. Muss also nicht mehr glauben, sondern ich kann wissen. Das gibt Sicherheit für mich, aber ich kann es auch kommunizieren. Meine Mitarbeiter sind dann auch safe, wenn sie neue Sachen vom Chef hören. Und auf der anderen Seite ist es halt so, Kundenerlebnis verbessern. Also was kann ich tun? Was hat man in der Vergangenheit gemacht? Wann ist die richtige Zeit dafür, um halt das Kundenerlebnis anders zu machen? Ja, ganz klassisches Beispiel, Corona-Pandemie zu Ende, Lippenstiftverkäufe gehen wieder rauf. Es hängt immer zusammen. Und ich bin da komplett bei dir. Wenn es meine Entscheidung besser macht, meinen Workload reduziert oder ich einfach mehr Performance bringen kann, weil ich einfach mehr Informationen habe, wenn ich damit noch Kunden begeistern kann, das ist absolut wert, das zu tun. Und ich muss mich damit beschäftigen. Ich bin als Unternehmer, habe ich auch eine gewisse Pflicht, für mein Unternehmen natürlich einzustehen. Und dafür muss ich einfach versuchen, mir auch Wettbewerbsvorteile im Markt zu erarbeiten. Und da gehört sowas auch, dass man sich mit künstlicher Intelligenz und den Tools, die da zur Verfügung stehen, die sich ja jeden Tag irgendwie weiterentwickeln, auch da muss man sich halt einfach mal Zeit nehmen, von mir aus 20 Minuten am Tag, auch darüber zu lernen. Oder fragt ChatGPT einfach, wie kann ich deine Qualität einsetzen, um bessere Entscheidungen für mein Friseur-Business treffen zu können? Halleluja. Aber das ist genau das Skurrile. Also ich finde halt auch, wir haben ja Education ganz stark angeschnitten. Also ich versuche das in Teilen meines Teams schon mit so zu implementieren. Gucken dann erstmal ein bisschen komisch, wenn der da sein ChatGPT rausholt. Aber es ist interessant. Du kannst damit interessante Themen beackern, dich so ein bisschen inspirieren lassen von, okay, was könnte man so machen? Und ich finde das schade, dass wenn wir jetzt über Education reden, dass zum Beispiel jetzt über Berufsschulen, wenn wir da mal reingehen, dann lernen wir da immer noch Sachen aus den 60ern, 70ern. Das ist ja lächerlich. Stilkunde. Es ist lächerlich. Cleopatra. Da müssten eigentlich Programme mittlerweile geschaffen sein, wo, wie stelle ich richtige Fragen bei ChatGPT? Das wäre AI einbinden. Das Schulsystem. Wenn wir das jetzt heute noch aufreißen, dann wäre es noch länger ein Podcast. Aber das wäre für mich so ein Ansatz, weil du eben gesagt hast, wie müsste Education aussehen? Du kannst das schon positiv mit einbinden. Erstmal ganz klein, aber ich nutze da schon ziemlich viel, muss ich sagen, um Informationen schnell zu bekommen. Super. Ja, mega. Ja. Cool. Also, ey, super. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten jetzt. Das war schon mal ein ganz spannender Blog, den du hier, ein ganz schönes Brett, was du hier wieder hingeflastert hast heute, mein lieber Julian. Also, das ist auf jeden Fall schon mal mit großer Dankbarkeit von mir hier. Stellvertretend für die Community, die diesen Podcast genießen wird natürlich. Und ich möchte natürlich, nachdem wir jetzt von dir gehört haben, wo sich der Markt hin entwickelt, möchte ich natürlich auch dir die Möglichkeit geben, eine Frage für den nächsten Gast da zu lassen. Ich sage dir aber nicht, wer es ist. Deswegen kannst du dir jetzt mal überlegen, was interessiert dich denn vom nächsten Gast? Also, ich meine, mittlerweile hast du ein paar Podcasts gehört, also du weißt ungefähr, was für eine Kaliber von Menschen wir hier haben, wenn da jemand kommt. Das interessiert mich vom nächsten Gast. Ich glaube, was mich interessieren würde, wenn wir jetzt auf die aktuelle Friseurbranche gucken, ich vermute mal, das wird ja jemand aus dem Friseurbereich sein. Na gut, wir sind ja der erste Video-Podcast für Friseurunternehmer, von daher könnte das durchaus passieren. Ja, könnte passieren, ne? Ich fände es unfassbar spannend, wie der oder diejenige in der aktuellen Zeit reagiert oder agiert oder sogar plant mit den aktuellen Gegebenheiten. Das heißt, wenn jetzt von heute auf morgen ein Change passiert, das können Kleinigkeiten sein, das können Mitarbeiterprobleme sein, das können irgendwelche Probleme in der inneren Zirkel der Company sein, das können von außen irgendwelche wirksamen Dinge sein. Wie reagiert derjenige? Schmeißt er dadurch seinen ganzen Plan um? Gibt es da Teammeetings, die notfallmäßig gemacht werden? Wie sind so Reaktionen? Weil ich sage ja, warum ich das so stelle, diese Frage. Ich lebe mittlerweile mit dem Prinzip Day by Day. Heißt also, dieses Vorausgucken, das sind für mich Vermutungen, aber dieses Tägliche, weil täglich so viel passiert. Man hat das ja letzte Mal in den USA gesehen, was da alles abgegangen ist. Das war ja innerhalb von 36 Stunden und auf einmal stand alles Kopf, wo jeder vorher gesagt hätte, ja, ist ja schon eine klare Kiste. Jetzt war einmal kurz Kino und dann haben wir das. Und das Gleiche erlebe ich zum Beispiel auch in meinem Unternehmen. Du hast eigentlich so eine Achterbahn im Moment, weil viele Menschen mit sich beschäftigt sind. Das geht natürlich auch viel über die Mitarbeiter. Viele sind mit sich beschäftigt und wollen für sich das Beste. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da würde mich interessieren, gerade wenn derjenige zum Beispiel größer aufgestellt ist oder auch mit Salons zu tun hat, die größer aufgestellt sind, würde mich interessieren, wie wird denn mit bestimmten Situationen umgegangen? Was ist da das Wichtigste? Gibt es da einen Maßnahmenplan? Gibt es da, wie sieht das aus? Wenn die Frage konkret genug ist. Ja, also wie geht derjenige damit um? Hat der ein Konzept oder nicht, wie er damit umgeht, wenn irgendwas Unerwartetes passiert? Genau. Ja, stark. Machen wir auf jeden Fall. Also das könnte gut passen. Hoffe ich. Super. Ansonsten natürlich auch an euch, liebe Leute. Wir haben noch gar keinen Out-Shoutout gemacht für den Podcast. Also wenn euch das gefällt, was wir hier tun, like mal, kommentiere mal, abonniere mal, teile das mit Leuten. Wisst ihr ja selber, sage ich immer wieder gerne, ist super wertvoll. Es vermehrt sich nämlich, wenn man es teilt. Also das ist das Schöne daran. Und wenn wir ein paar mehr Follower haben, hilft uns das auch, bessere Gäste in den Podcast zu kriegen, größere Aufmerksamkeit zu kriegen und so weiter. Deswegen profitiert ihr alle selbst davon. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Appell, lasst mal ein bisschen Liebe da und sprecht darüber und nutzt die Inhalte, die wir hier anbieten. Wir haben jetzt mittlerweile die zweite Staffel fast durch. Also wir sind schon auch eine Weile unterwegs hier mit unserem Videopodcast und ja, es macht großartigen Spaß, auch die Möglichkeit zu haben, so Menschen wie dich hier zu haben und mal einzutauchen und mal ein bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf unterschiedliche Märkte zu gucken und in unterschiedlichen Ländern. Das ist super inspirierend gewesen, mein Lieber. Wir sind aber noch nicht ganz da, weil wir haben natürlich, wie jeder Podcast, eine großartige Tradition. die eine ist keine Tradition, sondern das haben wir jetzt nur so gemacht. Aber was halt ganz schön ist, ist halt einfach mal die Frage zu stellen, bevor wir auseinander gehen, was ist eigentlich das Beste und das Schlechteste daran, Julian Seidel zu sein? Das Beste und das Schlechteste? Ja, was ist das Schlechteste und vor allem, was ist das Beste daran, Julian Seidel zu sein? The real Julian Seidel. Wow, das ist eine Frage, da hast du mich mit. Das ist das Ziel eines guten Interviews. Nee, weil, ich glaube, das ist bei jedem so, jeder schätzt sich selber ungern ein. Ich glaube ehrlich gesagt, das Beste daran ist, Julian Seidel zu sein, ist, dass ich schon von mir behaupte, dass ich ein gewisses Gespür für Menschen habe, dass ich so ein bisschen Gespür dafür habe, was gut, was böse ist, dass ich ein bisschen Gespür dafür habe, wie jemand tickt, deswegen bin ich für meine Teile auch in der Education richtig gut aufgehoben. Ich habe gerne mit Menschen zu tun, ich gebe gerne Menschen irgendwas, womit sie was tun können, das heißt, wo sie was mitnehmen können, was für sie wertvoll ist, weil Zeit kriegst du niemals zurück, wenn wir hier zusammensitzen, war es entweder eine Verschwendung oder es war Wachstum und ich glaube, das war für beide so. Ich habe was gelernt, du hast was gelernt. Auf jeden Fall. Und das ist für mich wichtig. Ich glaube, das ist das Beste daran, dass ich wirklich so ein Gespür habe, wen habe ich da vor mir? Also ich fühle das manchmal ein bisschen mehr, als dass ich das irgendwie so, ich bin halt eher so der Herzensmensch. Sehr gut. Das finde ich sehr wichtig. Was ist das Schlechteste daran, Julian Seidel zu sein? Eigentlich gar nichts, muss ich ja jetzt sagen. Das Schlechteste ist, glaube ich, dass ich auch älter werde. Was ist das Schlechteste? Das Schlechteste ist, glaube ich, auch ich kann mich nicht zweiteilen. Also ich würde gerne in bestimmten Bereichen mehr geben oder sie vielleicht, ich will es nicht vernachlässigen nennen, aber dann rutscht dir schon mal was durch. Also das ist natürlich so, wenn du dann irgendwie, ich sage mal, in meinem Feld, das ist vielleicht auch eine gute Situation, das mal zu sagen. Also in meinem Feld, wenn ich mich dann gerade auf zum Beispiel Kalligrafie konzentrieren muss und dann nicht so stark im Unternehmen präsent sein kann, dann fängt das im Team natürlich auf. Und auch die sind nur bis zu einem gewissen Grad belastbar. Und auch mein Bruder. Also das sind so Dinge, das ist, glaube ich, eher schlechter daran, Julian Seidel zu sein, dass er nicht an allen Stellen überall sein kann und irgendwie überall 100 Prozent. Aber wenn ich dann zurück bin, dann leidet das andere halt ein bisschen mehr. Also das ist so, das ist vielleicht das Schlechte, wenn ich das so beantworten kann. Ja super, hey, das ist ja deine Antwort. Also von daher lasse ich das jetzt mal einfach unkommentiert stehen. Also vielen Dank, mein Lieber, an dieser Stelle, dass du da uns so Einblicke gegeben hast. Voll gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank für die ganzen Komplimente. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja gut, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Also das hast du dir selber verdient. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, einfach mal zwischendurch. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man Dinge, die man wahrnimmt, ruhig auch mal teilt. Ich habe letztens, das muss ich jetzt einfach nur kurz sagen, ich habe letztens, Simon Sinek schreibt gerade ein neues Buch, How to make Frances, glaube ich. Das ist gut. Das brauche ich. Ja. Aber das ist richtig gut. Und der sagt halt, ja, pass auf, was ist ein guter Freund? Dann sagen alle natürlich immer, ja, jemand, der, wenn es dir schlecht geht, da ist und so. Aber eigentlich ist ein guter Freund derjenige, den du anrufst, wenn dir irgendwas richtig Geiles passiert ist und der sich dann für dich freuen kann. Und genauso sehe ich das auch. Also ich würde mich auch selbst als Herzensmenschen bezeichnen und ich spüre auch viele Sachen und ich finde einfach total schön in der Wertschätzung, wenn man irgendwas Tolles hat oder man bei jemand anderem was Tolles sieht, dass man dann auch sagt, hey, ich nehme ein Hörerinn und sage, Junge, das war mega. Und das macht, glaube ich, unsere Welt auch zu einer viel besseren Welt, wenn wir das von mehr machen würden, weniger. Das ist interessant. Also es gibt ja ganz viel bei Instagram, diese Videos, die jetzt alle gucken und die sich motivieren lassen und dann sagen so, wenn du jemanden liebst, dann ruf den jetzt an und sag es ihm. Aber wenn du dir das wirklich mal ein bisschen bewusster machst und nicht nur das Video anguckst und dann sagst, ja, ist ja so toll, das musst du machen, sondern das selber auch tust. Das heißt, wenn dir wirklich was auffällt und ein Freund leistet was Großes oder irgendjemand in deinem Umfeld oder Partner, Partnerin, wie auch immer und du sagst dann mal, ey, ich freue mich richtig für dich. Von Herzen. Das, was du dann zurückkriegst, ist eigentlich mehr wert, als was du gerade gesagt hast. Das ist echt interessant. Ja, und wenn du es ohne Erwartungshaltung machst, dann auch besser. Die Leute sind völlig irritiert manchmal. Ja, man macht sowas ganz gerne mal. Ja, genau. Hey, hab da was von dir gesehen oder gehört, richtig stark. Von daher vielen, vielen Dank, dass ich teil sein durfte hier und für diese ganzen Beobachtungen, die du so gemacht hast. Ich finde das sehr interessant. Ich nehme das so hin, sehr dankbar hin. Bin auch sehr, sehr dankbar, in so einer Community mich bewegen zu dürfen. Also es ist schon nicht selbstverständlich, sich in so einem Zirkel aufzuhalten, wo du wirklich Kollegen im Austausch hast und wirklich ja, echt Leute kennenlernst, die sehr viel geben. Das ist schon toll. Ja. Besucht und gefunden. Ja. Wir bleiben dran. Wir geben weiter. Machen wir das. Mein Lieber. Und ihr, liebe Leute, wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe da und wenn ihr Fragen habt, ihr unter den Shownotes alle Links von Julian und ihr könnt auch Fragen in die Kommentare reinschreiben, dann stellen wir die nachher nochmal. Julian und ich haben eh öfter Kontakt, also da kriegen wir sicherlich nochmal die eigene oder andere Antwort auch für euch zusammengestellt. Ansonsten, ihr wisst ja, der Podcast ist inspiriert vom großartigen Buch abgeschnitten, hatte Julian auch gelesen. Wenn ihr Bock habt, das gibt es auf unserer Webseite mit Signatur. Also ich schreibe euch gerne was rein, wenn ihr das dort bestellen wollt und genau, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als du komm gut nach Hause. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und wie bei Peter Lustig früher für euch jetzt abschalten reicht jetzt mit Social Media. So ist das. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.